Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Let's Play Call of Duty 4 so wir sind jetzt glaube ich bei der drittletzten Mission könnte man sagen und zwar diesmal wir müssen eine Basis stürmen und wenn möglichst die Abhochkurs für diese Nuklearketen eingeben sonst hat Amerika ein kleines Problem oder besser gesagt 41 Millionen Menschen haben ein kleines Problem aber gut wie es sind wir werden das sichere Inhaltser und ich habe hier auch noch viel doch herrlich 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 als andere wäre ja auch unlogisch ehrlich gesagt wow hier wird geschossen ich habe zwar nichts gesehen irgendwie aber das waren sicher 25 auf einen Streich ich habe wo grün 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 früsten na das wird heavy ist das ja deswegen Panzer Panzerböse Panzer haben ich hab Panzer nicht lieb Oh, shit Ah Ja, 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 genau Hm, hm, hm Ich kann die nicht mal aufnehmen, verdammt Dorthin zu kommen ist schwer, ist verdammt schwer Verdammt Kann ich es jetzt? Nein, ich kann es immer noch nicht nehmen, verdammt Werft ihr auch Kanaden, um sich 5% zu nähern, das wäre doch was, hoffentlich Wir müssen uns einen Vorschluss sichern, wir können auch Kanaden werfen Booyah Einer weniger Brennendes Fahrzeug in der Nähe Hm, gefällt mir nicht Gefällt mir gar, gar nicht Komm Nicht du, du Verdammt Wow Sheet Verdammt Verdammter Penner Tut mir halt das gefluchen Hm, lecker Na Ähm Zwei Zwei Stück Hm Ja, einer weiß ich, glaube ich Gut, okay Kurz mal hier rüber gerammt Wow Das kommt aber auch nicht Hm, lecker Da hinten ist einer Vier Stück auf einmal Vier Stück auf einmal Wird das ist Ja, guter Durchschnitt Hm, der würde ich haben Den habe ich reserviert Hast du das nach dem Schritt nicht gesehen? Hm Nein, Quatsch Der legt sich einfach hin, der da Auch gut Ah Oh ja Aber jetzt sollte ich auch irgendwie mal weiter Habe ich das Gefühl Auch wenn es Oh Komm Komm Gut Jetzt kann ich weiter Okay Und schon habe ich auch wieder Perfekt Wow Fuck Soll ich es wieder versuchen mit Wow Hm Man schmeißt nicht mit einer Raketen nach mir Das schickt sich nicht Oh Gott Oh Gott Ja dann lass dir was einfallen Hehehehehe Hehehehe Heheheh Nicht auf mich schießen Nee, ich auf mich schießen Ich habe da nämlich noch eine kleine irgendwo hier Hm Das ist auch ein guter Satz, ich habe da noch eine kleine irgendwo hier Nein, keine C4-Ladung. Wie es sich gehört, Raketen hinten rein. Wo ist er denn? Geht doch. Danke sehr. Ne, das war nicht mein Herr. Noch einer. Irgendwo kann man hier noch in einen Hangar... Ich sollte nicht so hirnlos rumrennen. Das. Mann! Äh, wie viele sind da? Geht doch! Mann! 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 Bitte geht doch.